Temperatur minus acht. Wir laufen gehen. Guten Morgen. Wie geht's euch? Wo warst du denn heute morgen? Ich habe es nicht geschafft, aber dann warst du kommen. Ich habe zehn Minuten gewartet, aber um viertel vor sieben noch nicht da war, bin ich alleine gelaufen. Wo warst du denn? Das war jetzt schon. Das vierte Mal. Wir wollen ja kommen, aber wir waren immer zu müde. Wie schaffst du es aufzustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich laufen gehen will, denke ich an Wattraut. Wo ist Wattraut? Meine Tante. Sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Wetter und zu jedem Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auf dem Bett liegen bleiben, aber an Wattraut gedacht habe, wie es plötzlich Probleme auszustellen. Und das funktioniert immer. Ja, der Laufen funktioniert sehr gut. Aber Autofahrerin, ich denke nicht an sie. Sie ist früher frischbe Autofahrerin. Und was machen wir, Jennifer? Wir haben keine Tante gejoggt. Das ist ganz einfach. Immer wenn ich laufen gehen will, denke ich an Wattraut. Wir laufen gehen. Wir laufen gehen. Oh, sehr gut.